Willkommen zum Story2Go 24-Jetie, die Podcast-Reihe 24 Abschnitte des chinesischen Kalenders. Hier spricht Kang Wei. Zu diesem Thema habe ich Frau Nelly Ma eingeladen. Frau Ma war lange Zeit Dozentin an der Uni Passau und agiert bei uns seit vielen Jahren für Workshops und weitere kulturelle Veranstaltungen. Sie hat unter anderem diverse Bücher über kulturelle Siten und Bräuche in China und das chinesische Lernen mitgeschrieben. Ni hao, Frau Ma. Ni hao, Kang Wei. Willkommen in der Podcast-Reihe die 24-Jahresabschnitte. Ich begrüße herzlich alle, die dabei sind. Die UNESCO hat Chinas 24-Jahresabschnitte in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen. Wir empfinden es für wertvoll, dass Verständnis dieses Kulturgut unserer Reichweite vertiefen. Frau Ma, würden Sie uns die 24-Jahresabschnitte gerne zuerst etwas erläutern? Was heißt Jieqi? Sehr gerne. In China gibt es neben dem gregorianischen Kalender immer noch den traditionellen chinesischen Kalender. Er richtet sich an landwirtschaftlichen Geschehen und basiert auf der Beobachtung des Sonnenverlaufs. Neben den vier Jahreszeiten und den zwölf Monaten gibt es noch die 24-Jahresabschnitte, in chinesisch Jieqi genannt. Das Sonnenjahr wird in 24 Abschnitte von jeweils 15 oder 16 Tagen eingeteilt. Das neue Jahr beginnt immer mit dem ersten Neumond nach dem Abschnitt große Kälte, Dachan. Das liegt am 20. oder 21. Januar. Das ist Jieqi. Frau Ma, in welchem Abschnitt befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns gerade im Abschnitt Aufschrecken der Insekten, Jingju, am 5. März. Jeweils sechs Jieqi bilden eine Jahreszeit. Jingju ist der dritte Jahresabschnitt des Frühlings. Danach folgt Shunfin, Frühlingstag und Nachtgleiche, am 20. oder 21. März. Dieses Kulturerbe stammt ursprünglich aus der Agralkultur. Erzählen Sie uns gerne, was von seinem Einfluss auf die Bauernregel, Siten und Bräuche in China? Ja, darüber sprechen wir. Nach dem chinesischen Schöpfungsmythos hat Pangu die Welt geschaffen. Er trennte Himmel und Erde, sein Atem wurde zu Wind und seine Stimme zum Donner. Im Herbst und Winter verbirgt sich der Donner in der Erde. Wenn die Bauern im Frühjahr das Feld bestellen, wecken sie ihn mit ihren Ackergeräten. Dann bricht er mit dem ersten Gewitter des Jahres aus der Erde hervor. Der Paukenschlag des ersten Donners erschreckt alle schlafenden Insekten und Reptilien, die sich in der Erde zum Winterschlaf zurückgezogen haben. Erwachen die Insekten vor Jingzhe, dann müssen die Menschen, heißt es in einer Bauernregel, Hundefutter essen. Das heißt, eine schlechte Ernte steht bevor. Da Donner und Blitz in diesem Jahresabschnitt eine so wichtige Rolle spielen, wird an Jingzhe, dem Donnergott und der Blitzgöttin geopfert. Außerdem streut man Kalk an die Hausecken und Mauerritzen, um sich gegen das Ungeziefer zu schützen, das wieder erwacht ist. Der Schutzpatron dieses Jahresabschnittes ist der Donnergott in Gestalt eines Riesenvogels. Er hat einen Hammer, mit dem er es donnern lässt. Frau Mahr, geben Sie uns gerne welche Tipps, auch für Alltagsverhalten und Pflegen? In der Natur zeigen sich jetzt die ersten Blüten. Das Wetter wird wärmer. Doch birgt dieses Frühlingserwachen auch Gefahren. Jetzt droht die Grippe, eine Viruserkrankung. Ebenso blühen die typischen Kinderkrankheiten wie Masern und Windbocken auf. Die chinesische Hausapotheke empfiehlt hier, mehrmals täglich den Mund mit Salzwasser zu spülen und die Räume mit Essig auszuräuchern. In dieser Phase melden sich oft alte Verletzungen wie Brüche, Verstauchungen und Narben, vor allem bei den häufigen Wetterschwankungen. Es kommt an diesen Stellen zu Irritationen und Blockaden von Durchblutung und Zieffluss. Das Warmhalten und sanfte Massagen solcher Problemzonen helfen. Zusätzlich kann der Arzt der traditionellen chinesischen Medizin Kräuter verschreiben, die die Leitbahnen durchgängig machen. Frau Ma, die Ernährung spielt übrigens für gesundes Leben eine sehr wichtige Rolle. Würden Sie uns gerne auch Tipps dafür geben? Ja, auch durch richtige Ernährung kann man sich vor erhöhter Ansteckungsgefahr schützen. Leichte und milde Kost ist jetzt ideal. Dazu gehören Sesam, Honig, Milchprodukte, Tofu, Fisch, frisches Gemüse und Klebreis. Um die Immunkräfte zu steigern, greifen die Chinesen nicht wie bei uns üblich zu Vitamin C-haltigem Obst und Gemüse, sondern zu aufbauenden Speisen, die für uns ziemlich exotisch anmuten. Beispiele sind Wachtelsuppe oder eine Brühe mit Rindermark, Jamswurzel und Raupenpilzen oder gar eine Schlangensuppe. Wir kommen zu einem Gemüse, das Zizai heißt. Es ist schlicht und einfach das Hirtenteschel. Das klassische Frühlingsgemüse der südchinesischen Küche ist Zizai, die chinesische Variante des Hirtenteschels. Das Hirtenteschel ist bei uns ein Unkraut, dem nicht viel Beachtung geschenkt wird. Obwohl das Kraut und seine blutstillende Wirkung schon Hildegard von Bingen bekannt waren, und zwar unter der Bezeichnung Blutwurz. Die Jizai-Pflanze gilt in China als Gemüse. Es hat viel breitere und saftigere Blätter als das magere und ungenießbare Pflänzchen bei uns. Auf dem Markt kann man sowohl die Wildpflanze als auch eine angebaute Variante kaufen. Häufig sieht man auch Omas und Tanten in den Parks kniend, das begehrte Wildkraut mit Messer und Korb ernten. Zizai hat eine vielfältige Verwendung in der Küche. Es kommt gebraten, gekocht, frittiert in der Suppe als Füllung für Frühlingswollen, Wantan oder Jiaozi auf den Tisch. Das Hirtenteschel hat die Geschmacksrichtung süß bis neutral und ist kühlend. Es wirkt blutstillend, hitzeaustreibend, hantreibend und klärt die Leber und die Augen. Falls Sie im Frühjahr mal in Südchina sind, vergessen Sie nicht, die Zai zu probieren. Toll! Mehr inneres Landeswesen und nützliche Tipps für gesundheitliche Übungen oder Kochrezepte findet man bestimmt noch in Ihrem Buch. Ja, das ist so. Die nächste Folge unserer Jahreskreisreihe ist Qingming hell und klar. Ich freue mich jetzt schon, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Wunderbar. Das Buch Gesundleben im Jahreskreis kann man bei uns erwerben. Infos dafür finden Sie auf unserer Homepage www.konfuzius-münchen.de Frau Ma, herzlichen Dank auch für heute und bis zum nächsten Jahresabschnitt. Ja, bis zum nächsten Mal.